Also wir sind jetzt in der Festung von Montepulciano und hier gibt es also eine Menge Wein, wohltemperiert und da stehen ja die Preise für das Glas und kleines Glas, großes Glas. Da holt man sich eine Karte, die haben wir jetzt und jetzt probieren wir es. Jetzt stecke ich also mal die Karte ein. Ich habe keine Ahnung wie rum, aber da ist es mal so neu. 100 Euro Credit haben wir. Steht da? Also da können wir uns richtig zusammensaufen. Und jetzt suche ich den Wein aus. Ich nehme den hier aus dem Jahr 2016 und jetzt drücke ich da drauf und. Und jetzt? Keine Ahnung. Vielleicht musst du fester drücken. Ah. Na, echt, oder? Vielleicht musst du nur drücken. Aber vielleicht kommen jetzt zwei Gläser. Ja, das war's schon. Schauen Sie 3,50 weg. Das ist ein Probiererli. Okay. Hm. Hm.